Hallo, in diesem Video sehen wir uns die beiden Verben Nutzen und Nützen an. Sie sind praktisch gleich. Präsenz Es nutzt oder nützt Präteritum Es nutzte oder nützte Perfekt Es hat genutzt oder genützt Konjunktiv 2 Gegenwart Es würde nutzen oder nützen Konjunktiv 2 Vergangenheit Es hätte genutzt oder genützt Und noch einmal Präsenz Es nutzt oder nützt Präteritum Es nutzte oder nützte Perfekt Es hat genutzt oder genützt Konjunktiv 2 Gegenwart Es würde nutzen oder nützen Konjunktiv 2 Vergangenheit Es hätte genutzt oder genützt Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es Bis dann Ciao Es wurde noch einmal Untertitelung des ZDF für die EU